hier heute was kann also kurz ein weiteres wieder auf meinem kanal heute habe ich die lösung des fortweits auf jeden fall zudem mit dem outfit dem hier auf einer sonne in der wüste diesen outfit schaltet ihr bei stufe 87 frei also ganz am ende des battle pass und ihr müsst mit diesem skin spielen und auf der sonne uhr hier also östlich von fehlen fields landen also man kennt die sonne uhr von der letzten woche man muss ja hier das besuchen auf jeden fall gab es wirklich bei der sonne uhr genau hier wo ich gerade bin er ist auf jeden fall der fortbeut ich hoffe es euch gefallen lassen leiter abonniere die glöcke macht gut